Was geht Leute, damit auch ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video und zwar Leute, machen wir jetzt ein 1 vs 1 gegen hübsches Girl, Best of 3 mit Mortis Best of 3 mit Mortis Bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt wird, also ich würde sagen wir spielen nicht Trissor, wir spielen gleich Kopfgeldjagd, bin ich gespannt ich hoffe, Brawl Stars ladet mal bei mir, ok dankeschön Ach, Brawl Stars, das ist das ist, was ist da jetzt los ehrlich, Leute, was soll ich da tun, ehrlich, was meint ihr Leute, was ist bei mir mit Brawl Stars so zwei Leute, habt ihr unter meinem letzten Video in die Kommentare geschrieben, ein Hacker oder ein anderer Spieler lockt sich ein, nein ich habe meine Account mit niemandem geshared und es gibt auch keinen Hacker, weil ich war seit mehreren Tagen nicht mehr in Brawl Stars drinnen und habe die Season Belohnung eingesammelt alles ganz normal, weil ohne der kann man glaube ich nicht einmal weiter fortfahren und ihr seht es da, das ist einfach nur lächerlich, muss ich das, muss ich jetzt das Spiel neu starten oder geht die Aufnahme zu Ende ehrlich, das ist lächerlich Mann so Leute Spiel wurde neu gestartet das Spiel so, best of free best of free mit Mortis of free mit Mortis let's go Leute, ich bin gespannt also ihr habt euch euch auf jeden Fall Mortis 1 vs 1 gewünschen unter meinen letzten Computer Posts, habe ich es auf jeden Fall gesehen ich würde sagen, das ziehen wir durch gegen hübsches, geilen Mädchen let's go ich würde sagen let's go macht mach ready digi das mit den Ausschalten ist nervig dankeschön so let's go Mortis nein ich meine diesen Maracocan und irgendwas Leute, was laber ich da let's go mach ready einfach hübsches geilen Mortis ich will sie schnell panieren Leute, ich seht es auf jeden Fall sie hat aktuell 28 K gehabt 26 Prolbro YT nehmen wir auf jeden Fall mal clean hops die Prolbro Member let's go tja wieder Shelly dann würde ich sagen ein klassischer Fall von Mädchen wenn sie Brawl Stars spielen und ihre Tage haben sie sind ultra lustig Leute ultra lustig wow und dann da verkackt sie einfach noch sie verkackt einfach clean oh mein Gott sie verkackt wieder sie verkackt einfach wieder aber ich kann nichts machen wegen Ulti was macht sie ey Leute was macht sie da kann sie nicht gescheit spielen lol lost das ist lost ey was macht sie da so Leute sie denkt sie wäre lustig wenn sie Mortis nimmt ich lache mich ja gerade zu Tode Leute habt ihr gelacht ich weiß nicht nur Frauen hübsches Girl aber Leute fandet ihr das jetzt lustig dass sie jetzt lacht oder so oh mein Gott Leute wer von euch versteht Mädchen ich verstehe also Prolsters Mädchen verstehe ich auf jeden Fall nicht warum nimmt sie jetzt wieder Shelly die ist ja so lustig Leute wer lacht sich von euch auch ein Fleisch ab weil sie so lustig ist einfach sie ist einfach so lustig schaut euch an wie lustig sie ist was hat das für einen Sinn was hat das für einen Sinn ehrlich was hat das für einen Sinn was macht sie was macht sie ich muss so tun als Täter Bot spielen ehrlich ich muss so tun als Täter Bot spielen okay Leute einfach mal Totenstille ich muss so tun als Täter Bot spielen ich muss so tun als Täter Bot spielen oh mein Gott wahrscheinlich denkt sie auch ich spiele Leute fandet ihr das lustig wer versteht das das passiert wenn man wenn Mädchen Brawlsters spielen bitte lasst das Game ehrlich was ist dran habt ihr jetzt gelacht Leute seid mal ehrlich schreibt mal in die Kommis ob ihr gelacht habt das würde mich interessieren habt ihr gelacht also ich lache mich gerade zu Tode Spaß ja und wegen Wunderpflaster ist überhaupt nichts sonst hätte ich sie auch gleich Clean Hops genommen so oh Mr. Mobil Fanboy Dankeschön oh ich hätte sie fast sogar Clean Hops genommen aber gegen Mortis kann man nichts machen egal wie schlecht man mit Shelly ist ich habe noch nie gesehen dass eine Shelly gegen Mortis im Nahkampf gewonnen hat also verloren hat natürlich ich finde ich finde ich finde es schon lustig muss ich ganz ehrlich sagen man ich verstehe es nicht warum macht man sowas muss ich jetzt alles raus cutten gar keinen Bock ich mach ready Mortis lol sie soll jetzt Mortis nehmen gar keinen Bock wieder zwei Minuten zu verscheißen sie soll es wenn sie jetzt wieder nicht nimmt sie ist so lustig ehrlich sie ist so lustig gar keinen Bock Leute ich gehe einfach off und gehe in einer Minute wieder an sie darf gegen einen Pott spielen lol ich gehe in einer Minute ich gehe in einer Minute